Liebe Kameradinnen und Kameraden, der Bundesvorstand des Deutschen Bundeswehrverbandes hatte am 17. August dem Bundesminister der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière, zu Gast. Der Minister hat uns Rede und Antwort zur Bundeswehrreform gestanden. Die Bundesvorstandsmitglieder haben dem Minister die Punkte vorgetragen, die für einen attraktiven Dienst in der Bundeswehr erforderlich sind. Dazu gehört zum Beispiel die dauerhafte Wahlfreiheit zwischen Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung bei Versetzungen. Der Minister wollte nicht sofort an jedes Thema heran. Stattdessen verwies er auf Attraktivitätsmaßnahmen nicht nur finanzieller Art. Es gehe auch um die Ehre des Dienstes an sich. Allerdings kommt man mit diesen immateriellen Aspekten nicht darum herum, dass in der privaten Wirtschaft nun mal viel höhere Gehälter locken, in vielen Mangelverwendungen hat die Vergangenheit gezeigt, dass die guten Frauen und Männer den Streitkräften auch schon mal weglaufen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wir haben beim Minister de Maizière also noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Als ersten Schritt haben wir mit ihm eine enge Zusammenarbeit bei der Reform vereinbart. Das werden wir für diese Überzeugungsarbeit nutzen. Der Deutsche Bundeswehrverband hat insgesamt die Sorge, dass die Menschen auf dem Weg der Reform nicht mitgenommen werden. Bisher gab es nur Ankündigungen, ungelöste Versprechen und die ausgesetzte Wehrpflicht. Zwischendrin kam auch noch ein neuer Minister. Und statt auch nur einmal das Signal zu senden, wir nehmen euch mit, kam nur das weiterhin gekürzte Weihnachtsgeld bei den Menschen an. Es ist dringend an der Zeit, durch ganz konkrete Verbesserungen zu zeigen, dass es den Verantwortlichen um die Menschen geht. Der Deutsche Bundeswehrverband spricht hier von sogenannten Leuchttürmen. Dazu gehören ein erhöhter finanzieller Ausgleich für mehr geleisteten Dienst, das Wahlrecht zwischen Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung nach einer Versetzung und das Erreichen der Laufbahnziele. Diese Leuchttürme haben wir in einem Brief an alle Bundestagsabgeordneten im Zuge der Kampagne »Ihr seid verantwortlich« erläutert. Damit haben wir die Politiker vom Bundesregierung und Bundestag an ihre Verantwortung gegenüber den Menschen in der Bundeswehr erinnert. Zusätzlich hat der Verband die sogenannte Attraktivitätsagenda 2011 und die Forderungen zur Begleitung des Reformprozesses aufgelegt. Damit hat der Deutsche Bundeswehrverband seine Hausaufgaben zur Strukturreform gemacht. Nun sind die Politiker vom Bundesregierung und Bundestag am Zug. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Menschen in der Bundeswehr nicht die Reformverlierer sind. In Afghanistan hat die sogenannte Transition-Phase begonnen, also die Übergabe der Verantwortung an die afghanische Regierung. Am 6. Juli hatte ich dazu ein Gespräch mit Außenminister Guido Westerwelle. Er hat mir die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und des Ausweitigen Amtes um den inneren Versöhnungsprozess in Afghanistan erklärt. Der Deutsche Bundeswehrverband bestreitet diese Bemühungen nicht, Sorge bereitet uns aber, dass inzwischen alle nur noch auf den Abzug von ISAF schauen. Hier darf aber nicht nur das Abzugsdatum eine Rolle spielen, sondern auch die Frage, ob die afghanischen Sicherheitskräfte das Schicksal des eigenen Landes überhaupt in die Hand nehmen können. Es kann nur darum gehen, den Einsatz zu gleichen Teilen zügig und verantwortungsvoll zu einem wenigstens teilweise erfolgreichen Ende zu bringen. Wenn ein Kamerad im Einsatz fällt oder dauerhaft verwundet wird, kommt es darauf an, eine angemessene Einsatzversorgung durchzuführen. Der Deutsche Bundeswehrverband kann hier einen großen Verbandserfolg vorweisen, denn die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf mit wesentlichen Verbesserungen in Vorbereitung. Hier geht es zum Beispiel um erhöhte finanzielle Leistungen, die dem verwundeten Kameraden, aber auch den Hinterbliebenen zustehen, oder um eine erleichterte Anwendbarkeit des Einsatzweiterverwendungsgesetzes, das heißt den Anspruch auf Weiterbeschäftigung in der Bundeswehr. Der Gesetzentwurf beruht auf den Forderungen des Deutschen Bundeswehrverbandes und ist damit ein großer Verbandserfolg. Die Bundesregierung will das Gesetz am 31. August beschließen und dem Bundestag zuleiten. Dort werden wir die Parlamentarier auf noch fehlende Punkte hinweisen. Auch das gehört zur Verantwortung gegenüber der Einsatzarmee Bundeswehr. Meine Kameradinnen und Kameraden, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Deutsche Bundeswehrverband tritt gerade in diesen nicht einfachen Zeiten für Ihre Interessen ein. Bitte bleiben Sie dem Deutschen Bundeswehrverband daher gewogen. Ganz herzlichst, Ihr Ulrich Kirsch